Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal möchte ich sagen, dass ich fucking müde bin, aber mein Management hat mir empfohlen, ein Video zu machen und deswegen wollte ich noch auf den Hype-Training ausspringen, bevor es zu spät ist. Worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass es auf diesem Kanal hier keine Kommentarrichtlinien gibt, bis auf die, die es von YouTube selber gibt und keine zu kassen Beleidigungen. Aber der Anlass dazu ist ein Video von meinem netten Kollegen Nantanelbrew gemacht, der hat auf jeden Fall einige Regeln jetzt für seine Kommentare eingeführt, wenn man das so sagen möchte, die wir uns in diesem Video anschauen werden. Und besonders interessant fand ich einen Teil in seinem Video, der fast schon eine Drohung war. Ich zitiere das einfach mal. Auch wenn es mir ein oder andere nicht interessiert, es wäre aber besser, wenn du dich dafür interessierst. Also für mich hat das schon, also es klingt für mich schon so ein bisschen wie eine Drohung, von daher kann man sich hier überlegen, was man davon halten möchte. Flashcards-Info investigativ. Ich wollte erstmal gucken, wie ernst Nantanelbrew das mit dem Kommentar meint. Also habe ich einen Kommentar geschrieben, der gegen ca. 5 der Richtlinien verstößt. Und gerade so als größerer Kanal passiert es häufiger, dass die Kommentare dann nicht gelöscht werden, sondern die Leute es einfach nur durchgehen lassen. Hier aber Props an Nantanelbrew, dass er den auch tatsächlich dann gelöscht hat. Also er scheint es tatsächlich ernst zu meinen, naja. Aber jetzt sollte ich mir die Richtlinien hier nochmal angucken. Ich hatte schon mal ein bisschen die Ronen gemalt, also nur die grünen und gelben Markierungen hinzugefügt. Grün sind hierbei inhaltliche Probleme, die ich mit den Richtlinien habe. Und gelb sind Rechtschreib- bzw. Grammatikprobleme, mit denen ich Probleme habe. Der Grund, warum ich die markiert habe, ist, dass er hier irgendwo schreibt, dass er keine Grammatikfehler haben möchte. Und ich finde, da sollte man noch zumindest bei diesem Dokument schon mal darauf achten, dass es keine Fehler in dem Dokument gibt. Ein paar der Punkte sind auch durchaus nachvollziehbar. Also zum Beispiel, dass Fehler beschrieben werden sollen oder so. Mir fällt gerade auf, hier gibt es zwei, siebte Punkte. Läuft bei ihm. Aber es gibt eben auch ein paar Probleme oder ein paar Punkte, die meiner Meinung nach ziemlich über das Ziel hinausschießen. Fangen wir doch einfach mal oben an. Bla bla Richtlinien. Ich finde es schon mal interessant, dass er schreibt, dass Homebrew gerade auf Nintendo-Systemen interessant ist. Womit er ja eigentlich impliziert, dass es auf anderen Systemen nicht so interessant ist. Ich weiß nicht, was da Playstation-Fans oder Xbox-Fans zu sagen, aber... Wenn ich ein Fan vom anderen System wäre, würde ich das auf jeden Fall nicht so lustig finden. Dann schreibt er, dass er die Richtlinien eingeführt hat, weil er so ca. 50 bis 100 Kommentare in einer Woche bekommt. Das klingt erstmal ganz viel, aber wenn man das runterrechnet, das sind ungefähr 14 Kommentare pro Tag. Also wenn man von den 100 Kommentaren ausgeht. Knapp die Hälfte davon sollten aber Kommentare sein, in denen Nintendo Brew auf irgendjemand anders antwortet. Womit wir bei ungefähr 7, oder bei maximal 7 Kommentaren pro Tag wären. Und ich denke, dass man es schaffen sollte, 7 Kommentaren pro Tag anzuworten, wenn man so einen Kanal hat und den auch betreiben möchte. Hier, es wird genaues Lesen und Verstehen. In diesem Fall muss Lesen und Verstehen großgeschrieben werden, also sowohl Lesen als auch Verstehen. Weil es das Lesen und das Verstehen heißt. Hier müsste das Lesen mit Doppel-S sein und hier müsste Härte großgeschrieben werden. Weil es halt die Härte ist und nicht. Und das ist ja kein Adjektiv. Genau, aber dann kommen wir mal zu den eigentlich interessanten Sachen und zu ein paar inhaltlichen Punkten. Erstmal hier vor dem ersten Punkt. Diese Richtlinien dienen dazu, Kommentare mit niedriger Qualität und Bilanz zu vermeiden. Ich weiß nicht genau, was ihr da mit der Bilanz meint. Vielleicht kann er das ja noch genau spezifizieren. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt Basiswissen. Erfordert. Und außerdem, dass man sich doch bitte erst im Internet die benötigten Erkenntnisse holen sollte. Das Problem ist, dass diese Tutorials dazu da sind, damit man sich nicht im Internet in irgendwelchen Text-Tutorials oder auf irgendwelchen Textseiten die Infos dazu durchlesen muss. Von daher verstößt das eigentlich so ein bisschen gegen den Grundsatz. Es sei denn, das wären Tutorials für echte Profis, aber das sind es nicht. Erklärung ist, die auch wieder großgeschrieben werden. Gar nicht auseinandergeschrieben. Zu dem Punkt, ich unterstütze keine Raubkopien. Finde ich, kann man jetzt nicht so viel dagegen sagen. Hier in dem Satz hat er zusammen dazu geschrieben. Das Erfragen, da muss Erfragen großgeschrieben werden. An sich muss in diesem Fall auseinandergeschrieben werden. Genau so nochmal hier. Aber der Punkt selber ist jetzt kein großes Problem. Dann sagt er, dass man Kommentare nur zu den eigentlichen Videos posten soll, wo die Frage ist und nicht unter dem neuesten Video oder so. Da finde ich es ein bisschen problematisch, dass er als Beispiel nimmt, dass er nicht zum Beispiel möchte, dass man über die Freizeit in den Kommentaren schreibt. Aber wo soll man ihn sonst anschreiben über die Freizeit? Was sollte andere Leute interessieren würde, wenn nicht unter den Kommentaren? Ich persönlich halte eh nicht viel davon, dass die Kommentare, also dass das alles so genau kontrolliert wird, wo welcher Kommentar steht. Aber, naja. Ist halt nicht mein Ding, aber vielleicht ist es ja seins. Hier müsste aber es nicht einer meiner Videos, sondern eines meiner Videos heißen. Und hier, der muss mit 3S geschrieben. Also mindestens so ein Fehler hätte ihm eigentlich beim Schreiben des Dokuments auffallen müssen. Vor allem, weil da jede Textkorrektur oder so darauf anschlägt. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Lest Beschreibung und schaut das komplette Video. Ich kann nachvollziehen, dass man vielleicht nicht das komplette Video gucken möchte, aber zumindest in die Beschreibung sollte man immer schon mal reingucken. Aber hier schreibt er, dass die Kommentare gelöscht werden könnten, um den Kommentarbereich zu schonen. Da frage ich mich, was halb er denn schonen möchte bzw. was er daran schonen möchte. Ich meine, er hat keine Hostingkosten, die stehen da bei YouTube. Von daher, was gibt es da groß zu schonen. Dann soll man... Der Punkt hier ist absolutes Gold. Recherchieren, vorkommentieren. Hast du eine Frage zu einem Homebrew Tutorial oder ähnliches, schau bitte zuerst selbst im Internet nach, ob dieses Problem schon mal vorkam oder dieser Fehler behoben wurde. Also meiner Meinung nach ist es der Job eines Tutorialmachers, auch auf die Fragen zu antworten. Das mache ich zwar auch nicht immer, aber im Großen und Ganzen versuche ich doch irgendwie zu helfen. Kommen wir zum sechsten Punkt, da habe ich auch noch einen Rechtschreibfehler. Natürlich mal davon abgesehen, dass er möchte, dass man auf Rechtschreibung und Grammatik achtet, aber der Text hier voll davon ist, von solchen Fehlern. Wenn du hierbei keine Mühe gibst, da fehlt das Verb und das müsste gibst heißen, also gibst und nicht nur gibt. Naja. Immer wieder kommen Kommentare in meinen Tutorials, um den, das müsste in den heißen. Es geht nicht um das Wort zu dem, was zusammengeschrieben wird, sondern eigentlich müsste es auseinanderschreiben zu lehr dem, weil zu dem zusammengeschrieben eine andere Bedeutung hat. Verwende der Antworten-Tab auf Rückmeldung. Da gibt es ordentlich viel zu sagen, zumindest nicht, was Nintendo-Rule angeht. Bei mir persönlich muss ich sagen, dass ich über Antworten nicht noch extra benachrichtigt werde. Das heißt, wenn ihr zum älteren Thema noch eine Frage habt, dann antwortet bei mir bitte nicht mit dieser Antworten-Funktion, sondern schreibt einen neuen Kommentar. Weil ich halt nicht mitbekomme, wenn auf ein altes Kommentar geantwortet wird. Jegliche Art von unangenehmen Verhalten wird nicht geduldet. Das Problem dabei ist, dass unangenehmes Verhalten ziemlich breit definiert ist und man im Zweifelsfall alles als unangenehm sehen kann, wenn man das eben so sehen möchte. Dann hier, Werbung ist verboten. Du willst es ebenfalls nicht, wenn Werbung deinen Kanal schädigt. Ich wüsste jetzt nicht, wie die Werbung einen Kanal direkt schädigt, also vielleicht kannst du das auch nochmal erklären. Also auch wenn andere Leute Kommentare oder ihren Kanal unter deinem Video bewerben, sehe ich da noch nicht direkt den Schaden für dich drin. Kommen wir zum elften Punkt. Ich unterstütze nicht Sub4Sub bzw. Abo gegen Abo. Wenn du sowas machst, bist du kein richtiger YouTuber. Sag dir der YouTuber mit 1000 Abonnenten. Also ein richtiger YouTuber ist man meiner Meinung nach vielleicht bei 500.000 Abonnenten oder einer Million Abonnenten, aber nicht bei unseren kleinen Zahlen von 1000 oder 3000 Abonnenten. Hier irgendwie mit richtiger YouTuber zu argumentieren, finde ich. Lame. Denn hier nochmal das, das eigentlich ein Doppel S sein müsste. Und so kleine Aniktoden aus dem Leben. Zum Beispiel, ich habe es übrigens schon zwei Mal miterlebt, wie Leute in zum Beispiel Abo-Streams gebannt und mit einer Geldbewusste in Höhe von ca. 80 Euro bestraft wurden. Und so Aniktionen haben nichts in so einem Dokument zu suchen. Immer ganz davon abgesehen, dass Höhe groß geschrieben werden muss und die Sache generell fake sein wird. Also YouTube bestraft nicht Leute mit irgendwelchen Geldbußen. Da hat sich vielleicht irgendein Trollen eine reiche Nase gemacht, aber das ist fake. Irgendwelche Fake-Aktionen von Trollen gehören auch nicht in so einem Dokument. Und hier hat er nicht Verwarnung geschrieben, sondern Verwahrung. Dann hier bei Punkt 12. Ich bin kein 24-Stunden-Support-Service. Er hat nur von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Und diese Öffnungszeiten können auch je nach Situation, Termine oder Ähnliches validieren. Validieren heißt sowas wie bestätigen oder sicherstellen, dass es richtig ist. Er meint variieren und nicht validieren. 13. Nehm Discord oder Instagram für mehrere Fragen. Falls du mehrere Fragen zu einem Video oder Ähnliches haben solltest, solltest ist Plural, da müsste solltest stehen. Punkt 14. Ich unterstütze nur Nintendo Home-Row. Dazu zählen Nintendo Switch. Also ich wüsste nicht unbedingt, dass er Nintendo Switch unterstützen könnte, weil er keine Switch hat, die aktuell hackbar ist. Aber gut. Wenn er meint, dass das kann. Du bist selbst verantwortlich für den Handeln. Ich hafte bei keiner jeglichen Art von Schäden. Keiner jeglichen Art müsste das heißen und nicht keiner jeglichen. Ja. Genau. Und dann hier noch so ein netter Klausel, die eh... Also der ganze Text ist generell nicht wirklich rechtsgültig, aber das ist eine ganz andere Sache. Ich kann nicht lesen. Wie gesagt, zu müde. Diese Richtlinien können jederzeit auch ohne separate Ankündigung geändert werden. Es ist deshalb ratsam, öfters hier vorbeizuschauen und nach Änderungen zu überprüfen. Also ich weiß, was ich nicht machen werde. Das Problem ist sowieso, dass diese Richtlinie, glaube ich, die falsche Zielgruppe erreicht. Erreicht damit die Abonnenten, aber Tutorials erreichen primär nicht Abonnenten. Die eben wissen wollen, wie irgendwas geht, dann suchen die danach und dann gucken sie das Video. Und die werden nicht diese Richtlinie schauen, bevor die irgendwo einen Kommentar schreiben. Und so Sachen, die... Also so... Richtlinien, die jederzeit und ohne separate Ankündigung geändert werden. Sowas ist eh nicht rechtsgültig. Auch bei YouTube gibt es nur noch Hinweise, wenn die Nutzungsbedingungen geändert werden. Aber es ist eh... Also... Er hat der Rosas virtuelle Hausrecht und dementsprechend kann er grundsätzlich mit den Kommentaren machen, was er will. Aber nochmal ein kleiner Punkt, der die allgemeine Idee von Kommentaren oder Kommentarrichtlinien betrifft. Meiner Meinung nach ist Humble auch irgendwas, das mit Selbstbestimmtheit und Freiheit und... Eben nicht Regeln oder dem Umgehen von Regeln und dem Nicht-Existenten oder Existieren von irgendwelchen... Ausgedachten Regeln von irgendwelchen großen Firmen zusammenhängt. Und ähm... Deshalb finde ich, dass diese Richtlinien einfach nur Bullshit sind, vor allem für einen Humble-Kanal. Er hat auch noch unter dem Video den Kommentar gepinnt, dass wir übrigens Dislike, der versteht anscheinend nicht, was Ordnung ist. Ich finde, dass es durchaus legitim ist, aus den Gründen, das Video zu Disliken. Und was auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ich habe keine Ahnung. Ciao, kakao.